so ich brauche jetzt caps brauchst du noch caps auf customs ist schon wieder so leise 88 ok naja dann wer so abknallt knallt ab der halle des steckens ist aber eigentlich ganz gut das bohren für mich wir müssen rüber auf die andere seite da muss ich in den waggon was ist denn das auf dem mech hier vorne lang drüben in der anderen halle können auch schon welche gesporen sein so Kannst du jetzt was machen hier? In den Makong muss ich. Weißt du wo das steht? Ach der da oben auf den Gleisen ist oder was? Ja. Oh 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 ich bin durch heute irgendwie. Ich hätte nicht laufen gehen sollen. Aber wann will ich es machen? Morgen ist ja auch wieder das Trieben. Oh ja. 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 Was ist das dumme Ding? Knall ab, den Hund. Weg. So, jetzt muss man raus eigentlich. Lass uns da unten in dieses Währhaus rein, wo der tote auf dem Sofa liegt. Warte mal, waren noch Geräusche, waren Geräusche, waren Geräusche. Wo? Ich glaube, drinnen. Drinnen am Haus, glaube ich. Keine gute Idee von hier ran. Na gut, dann gehen wir außen lang. Da sind zwei Mann, zwei Scavs. Die wollen zur Außenmauer, da will einer rein bestimmt. Ich glaube, die können auch hier vorne reinkommen. Ich glaube, der sitzt oben auf dem Turm drauf. Okay. Draußen. Ich sehe ihn nicht. Ich muss kurz nachleihen. Ah, das war ein Sniper-Scape. Okay. Aber wo ist der Spieler? Wo ist der? Ja. Du hast den Scope, ho? Ah, okay. Ich bin ja am LKW. Ja, 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 ich habe sie gesehen. Und lieber nicht, dass ich wüsste nicht, wer wer ist. Lass uns mal weg hier. Komm, komm, komm. Jetzt ist mir jetzt hier zu heiß. Komm, komm. So, warte, ich muss mal nachklippen. Noch. Peter? Muss ich noch. Achso, okay. Kommt was auf die Rand. Und Scaf. Scaf. What? Ich verarschen. Ich verarschen. Ich verarschen. Die haben Ablerauchen. Das sind wohl, Alter. Ihr fatscht das nur so. Muss ich nachzdecken. Okay. Wir gehen jetzt rüber auf die andere Seite zum Checkpoint über Storms und dann hinten raus. Vielleicht ist ja das Schmugglerboot offen. Geil, dass er mich angeschlossen hat. Ach, der hat dich getroffen. Warte. Schöne Munition. Oh, eine kleine Weste, oder? Alter, er sprengt wieder die Hütte in die Luft. Schöne. Oh, man. Jetzt kommt er zuke? Hier ist es mit Stücke. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? 1, 1, 1, 1 Hehehe Hehehe Ich muss noch stecken Fertig Ok, dann gehts weiter Haste? Nee Mann, renne doch nicht mal das Bild Also Das ist auch schlecht Wenn ich hinrenne, musst du nicht Dann rennst du mir einen Schuss Achso, ok Aber da hinten Wo bist du jetzt? Da hinten Da hängt die Rieferung noch gerade was Ja, komm Hier läuft überall was Schlussabtrecken Oh Könnte ein Spieler sein Von wo? Hinter der Mauer Hinter der Mauer Na komm jetzt Oben war noch einer Oben war noch einer drin Naja So, ich bin hier, im Gebüsch Achtung Da muss noch ein paar Vier Schuss nachstecken Puh Sau Was ist denn? Was ist denn? Ein So ein Scheiß Bei der Bundeswehr muss ich mal früher mal sagen, darf ich sie berühren Achso Ehrlich? Ja Das war der Ausbilder Achso Ich hilfsausbilder Wann war es denn? Wann war das? 99 2003 Achso, ok Ich weiß nicht, bei mir gab es das vielleicht noch nicht Bei mir gab es das vielleicht noch nicht Oh Das ist Oh? Ich glaube ich habe es selbst gehört Ja Ich hoffe Ich hoffe Ich hoffe Du hast das automatische werfen Ja Wo denn redig 이고 und du Hinter mir her, quasi einfach nur. Du schießt nicht. Doch, Gläser, Gläser. Mehrere. Ey, renn mir nicht in die Knarre! Lebst du noch? Einer ist tot. Sauber. Ja, nicht. Ich bin tot. Ich bin tot.